Ist es, oder? Ja, Nummer 9. Geschafft. Der Witz, Sie sind ein Löwe. Aber man kann mir nicht vorwerfen, wenn ich meine Interessen wahre. Okay, hier. Ich weiß, Daisy Fitzroy hat eine Berufung. Doch Sie werden merken, dass sich Ihre Wege trennen. Löwen ziehen mit Löwen. Der Witz, nicht mit Hyänen. So. Wo ist er denn, unser... Au, es sieht nicht so gut aus. Hier, komm, mach mal Push. Oh. Ähm, ja. Hm. Ja. Warum kennt ihr das nicht? Das... Ja, da sind wir ein bisschen spät dran. Ich finde Jen Lins Zelle. Hallo? Was meinst du, was ich hier hab? Zu spät. Verdammt. Henk. Das hat er gemeint. Jetzt müssen wir uns einen anderen Waffenschmied suchen. Tja. Nein. Tod ist Tod, Elisabeth. Tod ist Tod. Was? Was zum Teufel? Ich sehe Kopf. Und ich sehe Zahl. Nur eine Frage der Perspektive. Warum folgt ihr uns? Wer schickt euch? Komm, Stock. Was wollt ihr von... Was sieht man hier? Aus diesem Winkel? Tod. Hört zu. Und so? Am Leben. Ja. Die gleiche ist weg. Sie war niemals hier. Ein anderes Kolumbia. Ein andersartiges. Die gleiche Mütze. Eine andere Perspektive. Kopf. Zahl. Tod. Am Leben. Wir müssen durchgehen. In dieses andere Kolumbia. Aber wie? Es ist wie Fahrrad fahren. Man verlernt es nie mehr. Man muss nur den Mut haben, aufzusteigen. Hm. Ja, dann mach mal. Wenn wir diesen Riss betreten, dann gibt es glaube ich kein Zurück. Willst du das wirklich? Öffne den Riss. Ja, dann. Okay, öffne ihn. Da. Kein Blut mehr. Und keine Leiche. Eine andere Welt, Bucke. Ein anderes Kolumbia. Ich schätze, ein toter Waffenschmied weniger wird nicht der einzige Unterschied sein. Ich schätze, ein toter Waffenschmied weniger wird nicht der einzige Punkt, aber es steht nicht immer Fink drauf. Ich schätze, ein toter Waffenschmied. Okay. Okay, der Krieg besteht also nur weiterhin. So. Daisy Fitzroy! Los jetzt, du scheiß Kerl! Erzähl mir was über Daisy! Mach ich los! Was? Skopril sagt losmachen. Sie bringen seine Geräte zur Verwahrstelle. Schätze, so bleibt er sauber. Warum? Bist du von der Columbia-Gassette? Ich kapiere nicht, wieso Chen Lin wieder lebt. In dieser Welt wurde er gar nicht ermordet. Irgendwo erfahren wir vermutlich, warum. Schätze, man kann nicht einfach so etwas ändern und erwarten, dass alles andere gleich bleibt. Diese Männer! Ich habe sie getötet. Ich habe sie getötet. Die waren tot. Nicht in dieser Welt. Buka, sieh mal, sie haben alle Nasenbluten. Was ist mit ihnen? Sie erinnern sich. Woran denn? Darin tut sie sich. Was geht hier vor, Saksberg! Als mein Sicherheitsschiff wollen sie verletzen, wie diese beiden an ihren Männern vorbeikommen und was sie in ihrer Seite... Halt! Hier, bitte! Ich sehe zu, ob ich noch was finde. In der anderen Welt war er ist, der da an der Wand hing. In der anderen Welt? Von der ganzen Sache kriege ich Kopfweh. No, das war wichtig. Ähhh... Ja. Tja. gut gibt es aber gas so wird euch verlassen sie lebt um unruhe zu stiften ich habe nichts gefunden wie sieht es aus hier bitte so da So, ist jetzt mein Feierabend hier. Komische Ideen zu holen, bezahlter Urlaub, acht Stunden Tag, Lohnfortzahlung, das sind Anarchistenworte, meine Freunde, und der Anarchist ist der Freund des Hungers, der Genosse des Spackels und der Spießgeselle der Krankheit. Ich werde nicht zulassen, dass ein Anarchist mit euch und bei einem Lichtunterhalt tritt. Ja, das Munition wäre gut. So, jetzt ist aber mein Feierabend hier. Wo? So. Wo denn? Da oben. 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 Vielen Dank.